Hallo und willkommen zurück an diesem Freitag, den 4.11. Mitten im November, 3.11. schon. Ach ja, die nächsten Tage werde ich mal nicht da sein. Da bin ich weg! Für einen Schnelltrip im Süden mit dem Zug. Doch, äh, speichern wir doch gleich mal auf diese wichtige Information hin. Die Woche war natürlich, ich glaube, ich behaupte jetzt mal, die Woche war schön. Allein, weil sie nur vier Tage hatte. Und Urlaub in Sicht ist, ey, schöner kann es ja nicht werden. So, jetzt wird gehäutet, was das Zeug hält. Sumpfratte. Und der Baum hat sie verwandelt. Das ist schon, das ist schon typisch. Ich bin gespannt, welche Geschichte hier dahinter steckt. Mit Gestaltenwandler und so, ich glaube, da bekommen wir jetzt noch ein bisschen mehr zu tun. Dieser Arkon, Absalom, Argalon, keine Ahnung, wie er heißt, ist schon verdächtig. Sehr verdächtig. Die Trollkröte können wir uns schon nicht häuten, im Gegensatz zum... Guck mal, das sind tatsächlich Sumpfranzen, echte Sumpfranzen. Die sich nicht zurückverwandelt haben. Die Frage ist, warum? Warum gerade sie nicht? Existieren Sumpfranzen auch im Echt oder sind sie tatsächlich keine eigene Spezies? Aber da zwei Sumpfranzen hier nebeneinander liegen, scheinen sie sich nicht zurückverwandelt zu haben. Oder es gibt sie halt wirklich. Ein Krug und noch ein Krug. Wir werden sie jetzt erst einmal... Ja, was gibt's hier? Oh, seltene Münzen. Nice. Ich wär so gespannt, was passiert. Oh, das ist richtig gut. Was ist denn hier los für wertvoller Stuff? Nimm Abstand und lass dich nicht von seiner Schönheit locken. Der Strauch trägt die Lüsternheit der Wildnis in seinem Gifte. Ja, okay. Wird von allen vier Seiten gewarnt. Interessant. Ja, gut. Man kann sich also nicht daran stechen. Das Spiel lässt es nicht zu. Es wär halt nur wahnsinnig interessant gewesen. Oh, ich weiß nicht. Wo hab ich denn jetzt gespeichert, bitte? Bei auffälliger Stelle? Schein. Ah ja. Nee. Ja, doch. Auffällige Stelle. Wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich... Hab ich's jetzt gelöscht? Ach ja. Gut, dann nochmal. Wir sind jetzt dann schon bei Folge 34. Oh man. 34. Freitag der 10.11. Damals am 11.11. 2011 Skyrim rausgekommen. Das war noch Zeit. Das war noch Zeit. So. Jetzt gucken wir mal. Dieser Baum hier. Können wir da auch drauf? Oder ist das nur so ein... Hallo? Ich glaube, er ist einfach nur sehr groß. Morgen Dornstrauch. Schon interessant. Fand ich gut. Fand ich schön. Fand ich ein tolles Mysterium. Da kommt man so drauf, oder? Ja, da kommt man auch drauf. Die mächtigen Bäume. Oh. Guck mal, zum Glück sind wir hier rauf. Hallo, Sumpfranze. Die Sumpfranze blickt euch neugierig an und mit intelligenten Augen... Das passiert, wenn sich Menschen daran stechen. Dumm gelaufen, was? Ich werde ein Heilmittel für dich finden. Müssen wir wohl mal mit den Elfen reden. Ardors Heilung. Ein Heilmittel für die Sumpfranze. Eine der verwandelten Sumpfranzen hat nicht versucht, mich anzugreifen. Ob sie früher einmal ein Mensch gewesen ist? Mit dem richtigen Mittel könnte ich ihr vielleicht ihre Gestalt wiedergeben. Die Sumpfranze hockt brav auf einem Baum und versucht im versumpften Garten nördlich des Piratenlagers in der Nähe des Dornenstrauchs. Ähm. Wahrscheinlich. Eingang der Ruin. Okay, da... müssten wir wahrscheinlich hier rüber irgendwo kommen. Aktive Quest. Ah, okay. Jetzt haben wir die Sumpfranze aktiviert. Aber ich glaube, da kommen wir noch gar nicht hin. Oder? Über den Baum hier? Ne, hier ist ein Abgrund. Da müssen wir wahrscheinlich hier irgendwie... äh, hin. Okay. Aber erstmal, ich glaube, das können wir weiter verfolgen, wenn wir das Problem mit den Piraten gelöst haben. Ich denke, davor geht es nicht weiter. Ähm. Gibt's hier wieder Zunderschwamm? Oder was ist das? Gullmond. Billmard. Ah, was kannst du eigentlich? Apropos, ich, äh... werde mal aufsteigen. Was können wir denn hier, ähm... steigern? Ball zum Salabundel. Können wir einiges maximieren. Finde ich gut. Klarum Purum vielleicht. Und dann haben wir auch keine Steigerungspunkte mehr. Alles klar. Ähm. Pflücken oder nicht pflücken. Zunderschwamm. Erneut. Ach da. Berliner. Was hast du gewürfelt? Ne, eins. Gut. Für wen hält der sich, der Atem sagt, seinen Obermard hier abseits Wache schieben zu lassen? Will mich wohl aus dem Weg räumen. Hi. Wackernagel. Hey! Was treibst du dich hier rum? Ich kenn dich irgendwo her. Der sieht mir nach einem Hitzkopf aus, was sich hervorragend für unsere Zwecke eignet. Wenn wir Unruhe stiften wollen, ist Mard Wackernagel unser Mann. Wir wollen nicht Unruhe stiften, wir wollen Diplomatie verbreiten. Sag mal, ich rede mit dir. Was willst du? Mit dem Käpt'n sprechen? Verhandeln. Lasst mich mit dem Kapitän sprechen, bitte. Wenn's sein muss. Aber keine dummen Tricks. Sonst gibt's was auf die Nase. Der hat deine Nase, weiß wovon sie redet. Beruhige dich, Mann. Ich bin nur zum Reden hier. Keine Sorge, wir wollen nur spielen. Käpt'n, Käpt'n. Grinse, Hanno. Besser als Grinse, Hanno. So, wen haben wir hier? Äh, Junge. Junge, warum hast du nichts gelernt? Was kommt denn da hereinspaziert? Schaut mal alle her! Da will wir uns armen Leuten seine Habseligkeiten spenden. Was ist mit deinem Unterarm passiert, guter Mann? Still, Flo. Du verfügst nicht über die Autorität, um zu entscheiden, wie wir uns Fremden gegenüber verhalten. Äh, Antonio. Welch überraschender Besuch. Die Zwölfe zum Gruße. Mit wem hab ich die Ehre? Hakensang. Dein Haken kann singen? In meinen Stimmbändern wahrscheinlich. Lassen wir das Geplänkel und kommen gleich zur Sache. Wart ihr, ist die mir was über die Rübe gegeben? Die Eile, welche euch antreibt, lässt keinen Raum für gepflegte Konversation. Nun denn, wie ihr wünscht. Also wirklich. Wie wollen wir ein paar Lava halten, wenn, äh, wenn wir keine Zeit haben? Das ist... Erlaubt mir nach dem Grund, eure Anwesenheit hier zu fragen. Ich erlaube es. Der hier ist nicht so gewaltbereit wie die anderen Piraten. Das spüre ich. Ach. Er ist einer Verhandlung gegenüber bestimmt aufgeschlossen. Äh, wie ist dein Menschenkenntnis? Gib vor, verhandeln zu wollen, damit wir hier frei agieren können. So haben wir zudem etwas in der Hinterhand, weil es es dir nicht gelingt, meinen Plan umzusetzen. Ich will deinen Plan gar nicht umsetzen. Ich bemerke eure Begegnung mit den Elfen. Ich bemerkte... Rein zufällig war ich vor Ort. Und möchte eure einen Vorschlag unterbreiten. Interessant. Ich höre. Ich stelle mich als Vermittler zur Verfügung. In der Tat. Es könnte gelingen. Doch sprecht. Was sind eure Beweggründe? Was ist euer Bildungsstand, guter Mann? Frage ich mich. Ihr sprecht so geschliffen. Wer schluchzt hier? Oder lacht ihr etwa? Ganz einfach. Ich will auch etwas von den Elfen. Dieser Konflikt steht meinen Zielen im Wege. Ganz einfach. Ich will auch was von den Elfen. Und zwar Hilfe! Kein Freund. Aufrichtigkeit gefällt mir. Sie ist dieser Tage selten geworden. Ihr sucht Aufrichtigkeit unter Piraten? Kapitän? Im Ernst? Sind wir uns einig? Doch eure Leute müssen friedlich bleiben. Das sage ich ihnen notfalls selbst. Immer ruhig mit den jungen Pferden. Theoretisch gesprochen, was hielt euch ab? Unseren momentanen Standort der Obrigkeit preis zu geben. Welche Obrigkeit? Nun, ihr natürlich. Mein Schiff liegt ungeschützt da. Ich werde nicht die Gelegenheit haben zu entkommen. Ich sehe, wir verstehen uns. Sprecht mit der Mannschaft, wenn ihr es wünscht. Mehr Ärger, als ich bereits mit den Elfen habe, kann ich mir nicht leisten. Ich bin nicht auf Ärger aus. Habe selbst schon genug davon am Hals. Jo. Oh, wir haben uns seinem Sprachniveau unter dem der Piraten angepasst. Ich merke das schon. Wer schluchzt hier denn? Ich habe da mal eine Frage. Was gibt es denn? Warum dürfen wir den Besuch nicht ausnehmen? Auf dem Fluss machen wir auch nichts anderes mit Fremden. Nun, wir befinden uns in einer ungewöhnlichen Situation. Und daher müssen wir uns auf ungewöhnliche Methoden einlassen. Ja, ja. Schattenfuchs. Gut, dann sprechen wir mit allen. Die schwarze Alma. Hi, hi, hi. Weiß nicht, Gothic Girl. Keine Ahnung. Bist sicher von zu Hause abgehauen, weil deine Eltern dich nicht verstanden haben. Oder? Denk unbekümmert weit. Darf ich ein paar Fragen stellen? Du musst du unbedingt mich fragen. Ihr sind genug Plappermäuler in der Gegend. Okay, ich verstehe. Wichtige ist doch, dass wir reich werden. Wir wissen nicht. Es scheint mir sinnvoll anlässlich. Ja, Läufer. Aber wenn ich das nicht wüsste. Das geht doch gar nicht. Das geht doch. Ich nehme an, du hast schon einmal im Schilf auf einem Frachtkran gelauert. Zuweilen kommt nicht der Pirat zur Beute, sondern die Beute zum Pirat. Hey, Flo. Rücken wir nicht so auf die Pelle. Will nicht mit dir quatschen. Warum dürfen wir den Besuch nicht ausnehmen? Ah, okay. Auf dem Fluss machen wir auch nichts anderes mit Freilich. Jetzt Spinnenjette. Hi, Jette. Hallo, Spinnenjette. Ahoi, Landratte! Bist was? Bist du beim Angeln, Spinnenjette? Was angelst du? Ahoi, ich segel mal weiter. Ich dachte, ich wollte mit den Leuten hier reden. Was zum Henke willst du? Was wäre ich? Nichts, überhaupt nichts. Was macht ihr eigentlich in dieser unwirtlichen Gegend? Wir versinken Finger für Finger im Sumpf. Was soll die blöde Frage? Nachts Spaß, Finger für Finger im Sumpf zu versinken? Oh, man wird doch wohl noch fragen dürfen. Um genau zu sein, warten wir hier, bis der Herr Kapitän sich zu einer Vorgehensweise durchgerungen hat. Aber ich denke, wenn Effert ihm keinen Plan zusteckt, werden wir hier bald wieder die Segel streichen. Ah, ich bin's. Flussvater Effert. Ich hab hier einen Plan für dich. Steck, steck. Das wäre zumindest ungefährlicher, als in einem Pfeilhagel der Elfen zu geraten. Irgendwann wird schon was einfach. Bist auch sonst immer so ein Schlauer. Oder weißt du was, was ich nicht weiß? Das ist wichtig. Mann, schau dir noch mal sein Gewichtsauslogan. Ja, Kapitel. Mehr braucht man gar nicht wissen. Aber wichtiger ist doch, dass wir reich werden. Gut. Ist jetzt was? Kannst du mir was über die Gegend hier erzählen? An deiner Stelle würde ich nicht zu weit in den Sumpf hineingehen. Da kreucht und fleucht überall unangenehmes Getier. Jaja, da hab ich schon beseitigt. Was für Getier fleucht denn da? Morphus. Die Viecher sind wirklich eine Plage. Überall, wo wir hinkommen, sind sie schon da. Sei bloß vorsichtig. Danke, Jahrläufer. Soweit ich weiß, ist das Gift dieser Biester nicht zu unterschätzen. Außerdem heften sie sich angeblich an Schiffsrümpfe und legen so große Strecken zurück. Was? Du meinst, die hängen vielleicht an unseren Boden? Und geht! Dann haben wir sie ja eingeschleppt! Die Elfen werden nicht erfreut sein. Ich hab noch eine Frage zur Gegend hier. Das schauerliche Getier scheint dich ja mächtig zu interessieren, was? Und dein Wissen auch. Ist es wirklich so gefährlich hier im Sumpf? Zumindest sind einige unserer Leute nicht zurückgekehrt. Aber vielleicht sind sie ja auch den Elfen begegnet. Ich hab den Verdacht, dass ihr eigentlich in den Tempel wollt, bei dem das Fragezeichen ist. Das glaube ich nicht. Elfen sind doch keine Möchenwäder. Wer weiß. Noch eine Frage? Das schauerliche Getier scheint dich ja mächtig zu interessieren, was? Lagert ihr wegen der Tiere hier in diesen Ruinen? Na sicher. Ist auch ein klein wenig Windstiller und weniger Matsche hier, was? Besser versteckt und leichter zu verteidigen, sagt Haken-Sang. Mhm. Haken-Sang. Das leuchtet mir ein. Ja, danke für die Konversation, wollte ich gerade sagen. Na, ich würde sagen, er steckt irgendwo im Sumpf fest. Da ist er jedenfalls hin und wiedergekommen ist er nicht. Wir sitzen hier nur rum. Vielleicht hat er auch einen Elfenpfeil in seinen süßen Hintern bekommen. Oder Spucki ist eine Sumpfranze geworden. Das könnte doch auch sein. Na, wen weht denn da der Wind zu mir? Was gibt's? Berliner mit dem Hüftschaden ist so dürre. Es kann auf jeden Fall geweht werden. Lass uns doch etwas plaudern. Ja, spinnen wir ein wenig Seemannsgarn. Yo. Der Schiffsjunge da hinten schaut so böse zu dir rüber. Ach, den habe ich mal wieder kräftig aufs Korn genommen. Und jetzt steht er da und wirft böse Blicke. Aber wer sich nicht wehrt, bleibt sein Leben lang Schiffsjunge. So spielt das Schicksal. Mhm. Okay, was muss ich da hören? Und dann lasse es umgehend über interne Angelegenheiten zu verlieren. Oder ich muss noch deutlicher werden. Nein, Kapitän. Erstmal müsst ihr mit mir reden. Ich will endlich eine Antwort. Ach, Flo. Wenn du so tapfer daherreden kannst, dann geh ihn doch suchen. Gut, wir speichern einmal und reden dann nächste Woche weiter. Interessant, interessant. Vielleicht können wir nächste Woche diesen Konflikt auch schon beilegen. Ja, und dann mit den Elfen quatschen. Irgendwas ist hier doch im Busch. Wahrscheinlich wollen die eigentlich zur Ruine. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich werde da unterwegs sein, wie gesagt. Kommt gut an, wenn ihr auch unterwegs seid. Oder genießt euer gemütliches Zuhause. Es ist November. Was soll man da schon anderes tun? Bis dahin, gehabt euch wohl. Auf Wiedersehen. Bis dahin, geht's. 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 Bis dahin, geht's.